Zehn, neun, acht, sieben, drei, null, go! Gewinnen! Zwei haben wir! Aua! Scheiße! 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 Ja, hast du gerade gesagt, mit solchen Leuten hier kannst du das nicht mehr. Ah, ich bin angegriffen von Küchenrolle. Aber es ist gut zu wissen, ich nehme dann immer zwei oder drei Stück. Was ist das überhaupt? Ach, Mann. Immer mehr Sachen. Wo ist denn unser Hunter? Du hast einfach deinen Elfler nicht geupdatet. Aua! 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 Oh, Mann! Und die ist komplett ausgewogen. Oh, nein! Oh, Mann, ey! Das ist aber ne Rolle. Hört, hört! So, ich muss mich mal ne Schriftrolle auspacken. Hört, hört! Erster seines Namens, zweiter von Hufflepuff. Dritter Nachgeborene von Nox. Warte, ich rede gerade. Kann heute leider nicht kommen. Die Pest, man kennt's. Schmutzkopf da jetzt. Nein, jetzt reicht's. Hallo! Hallo, Storno! Ah! Was ist das? Aua! Aua! Da kam der Gürtel. Oh, was passiert denn hier eigentlich? Ich hab ihm Pipi ins Gesicht gemacht. Ich hab vor auf die Hand gepisst und dann einmal so, riechst du die Pipi? Es riecht ja einer Seife, hätte ich gesagt. Scheiße, ich hab mir den Wasser, ich hab mir Hände normal ohne Seife waschen sollen. Was? Ich geb mir das Gesicht waschen. Nein, Wasser ist normal, Hände waschen. Müssen hier mehr Schaden machen. Ja, wie denn? Verdammt ist hier DHC, Alter! Wegen Captain Octopus, Alter! Super Hunter! Ich hab's schon wieder abbekommen. Scheiß drauf, Digga. Halbe. Bei solchen Leuten hier kann man ja auch nichts gewinnen. Das ist auch die letzte Indie, wo wir ihn durchschleifen, ne? Danach suchen wir mal einen ordentlichen DD, damit wir auch die Everkeys mal hinkriegen. Ich spiel aber gerne mit. Ich kann halt nur nix. Ja, aber scheiße, kriegst du halt nicht runtergespielt, wenn sie zu groß ist. Oh! Ah! Der war so... Oh mein Gott! Ne, ich hab gelacht da drüber, weil er einfach so spontan war. Der Kram gut. Der hat... Ich weiß auch nicht. Irgendwie ich sehe immer einen Hunter, der immer mitläuft. Nein! Äh... Richtig guter Hunter. Ich sehe doch wieder einen Faden. Das ist jetzt so gerne einfach so einen heftigen Nackenklatsch. Ja, also... Ja... Unter welcher Rubrik fährt immer noch mal das Fernglas? Bei... Bei Animation. Oh mein Gott! Wow! Warte, warte. Wir machen die zwei auf die Gruppe da rechts. Für den Hunter. Aber die... Putt lassen wir weg. Ey, was für! Jetzt mach mal endlich mal Daten, weißt du! Aber warum? Aber warum? Ist doch eigentlich gut, dass du vor mir bist, oder? Theoretisch musst du doch vor mir sein. Warte, stopp! Noch einen Gammelhunter. Bring mal was auch nicht hin. Ey, ich hab einen Gammelhunter. Was für noch... Was für noch einen Gammelhunter. Hatten wir nicht mal sehen. Ist egal. Ist egal. Du hast... Aber der Front wieder. Aber der Front wieder gegen Diki. 1,5 Millimeter. Aber ich scheiß drauf. Ey, Hollo. Hollo. Kannst du mir eingefallen sein? Einfach mal anfangen normal zu spielen. Was? Und aufwärts zu tollen. Ich geh gleich Solo. Ich geh gleich Solo. Du kannst zugucken. Schweine. Fummel nehme ich vielleicht noch mit, weil Fummel einfach Fummel ist. Aber dich lass nicht draußen. Hallo. Hallo. Ja, du auch. Du gibst ja wenigstens. Ja, sag doch einfach, dass du die Kacke da raus schmeißen willst. Ja. Wir tauschen gleich jetzt. Wir tauschen durch. Jeder hat die Chance, Leute. Kann das nicht. Ne, Riki wieder mit. Das erste Mal. Ich kann das nicht. Ich will das nicht. Ich halte das alles nicht mehr aus. Wie kannst du eigentlich? Ah ne, das war jetzt nur der Fight, ne? Hm? 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 Simon, du hast zwei Kicks in der ganzen Indie gemacht. Nein. Doch. 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 Nein. Ich hab 31. Ja. Fummel hat sogar einen mehr als du. Oh, Mann. Wir brauchen immer einen DH. Vor allem haben wir jetzt auch keinen Rollstuhl-Hunter dabei. Das heißt, wir können jetzt auch mal in den Banden hören, ich glaube. Irgendwann Pflanzer. Irgendwann geht er wieder zum Aldi und kommt wieder nicht. Wir lassen uns hängen. Baupi spupp. Oh, mein Gott, voll ihr nehmt. Hopi hat aber so reingespuckt, ne? Hat da aber so reingespuckt, ne? Alter, aber... Jerome, warum guckst du denn da auch rein? Ich wollte das Arsch doch auch mal sehen. Ja, war dann neugierig. Ja, da war ich voll lieb mal luscher. Ja, sie wurde ärgert. Weißt du, Hunter hat immer Schuld. Ich glaube es war tatsächlich aber kummeln. junger du bist so ein ich schwöre es dir das ist nichts was du kicken kannst das machen die übernehmen klar er war so froh dass er seinen sprint abhabe ich hab ich hab kurz gedacht er war so froh dass er seinen sprittern im pst haben wir vorbei kann man nur so sein ich hab ihn reingegript Du bist doch einfach ein lebender Zoo, ne? Pass an! Hör sich ein Tastgeräuber! Ich bin ein Igel! Schreien! Schreien! Miau! Miau! Ich bin ein Arme! Muuu! 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 Beruhigen wir uns jetzt! Was geht der Person mit Farbe und Farbe vorgefahren? Ich bin ein Tyrodastus! Ich bin ein Dino! Ich bin ein Delfin! W廢 h 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 h! Wären die Bopp klar gesagt! Wären die Bopp erreicht! Oh Man! Komm schon! Ich werde verfolgen, weil ich zu schnell fahre. Egal, ich ziehe durch. Jo, das war's. Krankenhaus. Christiani, 76 Monate. Ehre genommen. So, und dann machen wir richtig dorthin, dass alle, die sich irgendwie umgezogen haben, hier irgendwie auf die, da wo ich draufstehe, raufgehe. Das gefällt, das weißt du. Das wird so wie ein Feuer gefährlich, oder? Sehr gefährlich, ey. Komm, Winters. Nein, 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 lauf doch nicht in die Mäbel rein! Ja, moin, ich bin der Finch, was geht? Wie geht's dem Bad? Ach, der Schnuppi, der wächst. Geht's der Tochter? Oh, ne, sprech mich bloß nicht auf die an, ey. Die braucht so viel Windeln, das schlimmer als Fischer, meine Antwort. Emotional! Emotional, dammit! Dammit! So, who joins umsonst? Ali! Ali! Ah, das ist klar. Da ist ein Waschbär. Ali, da ist ein Waschbär. Der geht in den Kühlschrank. Stopp! Stopp! Wie vor mir. Stopp! Bleiben Sie stehen. Wer sind Sie? Wie bitte? Hallo? Oh, no, 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 no. Oh, nein! Hier ist alles voll! Was ist hier los? Achtung. Was geht denn hier? Ich sag das nicht. Ich kann das nicht. Ich hab ein Waschbär-Plager im Garten. Ich hab's gesehen, die waschen sich gerade letzten von dem Schädel. Ich kann das nicht mehr. Hau ab, ihr scheiß Waschbären! Raus aus meinem Pool! Ja, aber das ist halt, es ist halt so, also ich hab wenigstens gesehen, dass es, ja, die Waschbären, die waren, guck mal, die waren eben alle am Pool, haben sich die Hände gewascht, ich hab die verscheucht, so, geht weg, ihr scheiß Wicher! Ja, wenn du wüsst, wer das ist. Ja, ich weiß, wer das ist. Also, einfach Bescheid sagen bei den Mädels, dann wird dem Keller gebracht und dann, ich hab wieder diese Waschbären-Plager am Sack, ich dreh durch. Ich bin oben auf dem Balkon. Kuba, spring! Kuba, komm mal runter, wir brauchen noch ein Jury-Mitglied. Wo ist Frank? Hä? Raus, ich eh nicht. Ich fang die! Oh, Mann! Oh, Mann! Das, 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 das ist halt Kuba, das... Was ist denn jetzt hier Phase? Wo hattest du schon über... Wo hattest du schon über... Wo hattest du schon über die Karotte? Die Karotte ist wenigstens hart. Oh nein! Hallo, Nimimi, Amerika, ich brauche leise Pappen. Kann man gut kochen? Mache, liebe Lang. Ich kann auch Kohlmassage. Ich dachte, das sollen Kostüme sein. Nein, ich mach Cosplay, ich bin multifunktional, ich kann Cosplay machen von Tzeki-Zahnfrau, ich mache Cosplay von Guardian of Galaxy Mantid mit dieser Hohne auf Kopf. Die Frage ist jetzt, bist du in der Rolle oder nicht? Ich bin auch in meiner Rolle, ich verkleide mich an andere Leute, wenn die keine Zeit haben, um den Pokal zu nehmen, weißt du? Darf ich, ich hab ne Frage. Könntest du dich mit jemandem streiten, der auch so spricht wie du? Natürlich, ich kann das machen. Winters! Die Frau hier wildert in deinem Nagelstudio-Bereich. Nein, nicht Nagelstudio, ich habe eigene Litterung. Sie macht deine Litterung, sie wildert. So, du hörst mir mal zu, ha? bringt学L viu! Ticker und bra是不是! wösch ja? Ticker, mitchemut, Ticker... Eich, ich meine Sonntag an dir! Eich, ich meine Sonntag an dir! Eich, ich meine Sonntag an dir! Oh, nein, nein! Das ist richtig, ich bin so großartig! Oh, oh! Ah, ah! Eich, ich meine Schein! Oh, okay! Oh, okay! Aber keine Probleme! Es ist immer bei mir, dass du auch nichtumfenn! Ich meine, ich bist... ich möchte mich vorstellen mein name ist eric ich wohne im palais garnier es werden auch genannte das phantom der ober das phantom pischer der opa ich bin traurig Bis zum nächsten Mal.